wer hat sie noch wer will sie noch mal ich würde mich freuen wenn die noch mal auf markt super bölle 1 in p1 von funke richtig geile schöne dinger charge nummer seta ja schöne dinger die sehen so traum aus was war das ein heller blitz habt ihr das gesehen mein vollwerkskollege hier nehmen an der ist auch kräftig am feuern gut an die lunte super 1 und schön genießen genießt den knall das war doch mal was nicht schlecht der super 1 direkt noch ein schön plündchen plündchen und da kommt doch freude auf pyrus mega also nicht schlecht p1 von funke der letzte so rum super 1 schönes für euch ich habe den funke 1 boller in der p1 ausführung auf die kiste und das sind richtig schöne boller ich liebe diese schönen kleinen röhrchen schade dass es die nicht mehr gibt aber dafür lassen man jetzt richtig schön schnipseln ok daumen da lassen kanal abonnieren und genießen super 1 ja der war schön und man hat die schnipsel gesehen der hat richtig schön gedrückt 2 und der duft der war auch nicht so klasse der war wieder schön pyrus leuchten bist du grüßt euch adieu